neue rechengrößen in der sozialversicherung ab 2024 mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de ja meine damen und herren manchmal geht es wirklich nur um datenzahlen und fakten und wir bekommen ab 2024 so der stand zumindest aus einem referenten entwurf ich zeige es ihnen mal des bundesministeriums für arbeit und soziales bekommen wir ab 2024 neue rechengrößen in der sozialversicherung und uns interessiert natürlich als rentenberater was tut sich da in der gesetzlichen rentenversicherung gibt es da irgendwelche werte die für sie bedrohlich sein können die für sie schlecht sein können meine damen und herren ich zeige ihnen jetzt mal anhand einer eigenen kleinen aufstellung was jetzt hier passiert also das ist dieser referenten entwurf der referenten entwurf ist noch kein gesetzes entwurf das muss also erstmal noch von der bundesregierung beschlossen werden und geht dann in das normale gesetzgebungs verfahren meine damen und herren hier in dem referenten entwurf des bundesministeriums für arbeit und soziales wird dann mit ganz ganz vielen paragrafen werden dann bestimmte rechenwerte in der sozialversicherung die wirklich wichtig sind geändert da haben wir zum beispiel ich habe meine hier eine kleine aufstellung gemacht dass sie das mal nachvollziehen können da haben wir zum beispiel die bezugsgröße im jahr 2024 die steigt von 40.740 euro im jahr 2023 auf 42.420 euro macht monatlich 3535 euro jetzt werden sie die sich natürlich fragen ja was habe ich mit der bezugsgröße zu tun naja also diejenigen die zum beispiel in einer gesetzlichen kranken also die in der gesetzlichen krankenversicherung der ehegatten familienversicher sind die dürfen sich freuen denn deren einkommen steigt mit der erhöhten bezugsgröße auf 500 505 euro das heißt also sie dürfen dann hier maximal 505 euro eigenes einkommen haben und können dann trotzdem noch familienversichert sein in der familienversicherung ihres ehegatten oder ehegattin und jetzt ganz wichtig ja auch die bezugsgröße 2024 hat natürlich auswirkungen auf die gesetzliche rente ganz klar denn wir haben nämlich eine neue dynamisierte hinzuverdienstgrenze bei renten wegen erwerbsminderung und die steigen ab 2024 also bei der vollen ehe im rante auf jeden fall und auch die mindestbezugs die mindest hinzuverdienstgrenze bei der teilweisen ehe im rente steigt auch ich werde ihnen dazu in kürze neues video machen und das mal noch einzeln darlegen und auch mal an einem rechenbeispiel hier bei der teilweisen ehe im rente mal mit einem bestimmten entgeltpunkte wert für die letzten 15 jahre auch da mal zeigen wie das dann vielleicht individuell aussehen kann also merken sie sich hinzuverdienstgrenzen bei renten wegen erwerbsminderung steigen 2024 definitiv weil die bezugsgröße die allgemein in diesen bereichen für alle bereiche west und ost gilt auf 3535 euro oder 42.420 euro im jahr ja und dann der kracher die beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen rentenversicherung steigt von 90.600 steigt auf 90.600 euro das macht monatlich 7.750 euro das heißt also das ist die bbg bis dahin mit also bei diesem einkommen müssen sie bis dahin beiträge zur rentenversicherung abführen da gibt es natürlich dann auch die umrechnung in freiwillige beiträge und so weiter und in der knappschaftlichen versicherung steigt die bbg auf 110.000 euro 400 bis monat also umgerechnet monatlich 9.200 euro das heißt also wenn sie mehr als 9.200 euro monatlich brutto verdienen werden keine beiträge in der knappschaftlichen versicherung mehr darüber hinaus abgeführt oder abführungspflichtig und jetzt kommt eine sache da muss ich ihnen ganz ehrlich sagen das ist eine richtige sauerei das vorläufige durchschnittsentgelt steigt von 2023 von 43.142 euro auf sage und schreibe 45.358 euro im jahr 2024 das heißt also sie müssen im jahr 2024 45.358 euro brutto verdienen um einen entgeltpunkt zu bekommen ein entgeltpunkt bedeutet seit dem ersten siebten 2023 dass sie dafür monatlich 37 euro und 60 cent rente zu erwarten haben das heißt also alle diejenigen deren einkünfte zum beispiel im mindestlohnbereich nicht deutlich genauso gestiegen sind wie hier die dieses vorläufige durchschnittsentgelt die werden einen realen rentenverlust zu erwarten haben auch dazu werde ich noch mal ein extra beispiel machen in einem gesonderten video meine damen und herren das heißt also das vorläufige durchschnittsentgelt von 45.358 euro als neues durchschnittsentgelt führt aus meiner sicht dazu dass rentenanwartschaften die ab 2024 erdient werden teuer erkauft werden und wir wissen wie wie viele menschen in deutschland überhaupt 45.358 euro verdienen ich hatte vor kurzem ein beispiel im beitrag gedreht zu dem thema dass 9,3 millionen arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer in deutschland viel weniger als eine rente die unter 1500 euro brutto liegt haben werden meine damen und herren das finde ich ist ein schlag in das gesicht für millionen arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer die zukünftige rente das heißt also die zukünftige rente bekommen soll das heißt also dieses vorläufige durchschnittsentgelt führt dazu dass rentenanwartschaften hier entwertet werden ja ist ja klar wenn ich mehr verdienen muss um einen entgeltpunkt zu bekommen statt im vergleich zum jahr 2023 muss das natürlich eine deutliche entwertung sein dann last but not least die viertens die jahresarbeitsentgeltgrenze in der krankenversicherung 2024 kurz genannt JAEG steigt von 66.600 euro im jahr 2023 auf 69.300 euro im jahr 2024 das heißt also alle diejenigen die unterhalb dieser jahresarbeitsentgeltgrenze verdienen fallen entweder aus der privaten krankenversicherung raus wenn sie da drin sind oder aber sie können wenn sie bis dahin oder wenn sie einen verdienst bis dahin haben gar nicht erst in die private krankenversicherung umsteigen ich spreche hier von arbeitnehmerinnen und arbeitnehmern die im klassischen sinne in einem beschäftigungsverhältnis sind ich rede nicht von beamten und bitte nicht vergessen wir haben noch eine besondere jahresarbeitsentgeltgrenze die ist auch im im sgb 5 geregelt die steigt im jahr 2024 auf 62.100 euro meine damen und herren es ist nur ein kurzer ausschnitt von denen von den werten die sich tatsächlich im jahr 2024 ändern ich habe einfach nur noch mal die wichtigsten werte die auch für mein also für mein verständnis her sehr wichtig sind auch für die rente immer aufgezeigt und habe ihnen gesagt was das problem mit dem vorläufigen durchschnittsentgelt sein wird näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel zuhaven die Vielen Dank.